Hallo und herzlich willkommen zum Video zu dieser Haarfarbe. Wie man sieht, ist das ein Lila. Ich lasse euch das mal kurz genießen. So, als erstes mische ich hier eine sehr, sehr, sehr große Menge an Spülung mit Violett. Das ist nicht nötig, aber ich habe das halt für meine Extensions genommen und für meine echten Haare. Dann fülle ich davon ein bisschen was ab und mache das dunkler, weil dann hat man auf jeden Fall von dem Ausgangston die Farbe nur halt in dunkler. Dann könnt ihr hier einmal sehen, wie ich die Extensions dann eingetönt habe. Die Haare, ja, wie sie dann ausgewaschen aussehen. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Frisur drin, falls ihr fragt, das ist oft gestanden und nicht gekannt. Auf jeden Fall, ja, so sehen die Haare jetzt halt aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Farbe. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.